Moin moin Leute! Heute geht's weiter mit Assassin's Creed Origins. Ja, endlich! Naja, ich hab jetzt einiges voraufgenommen und alles und da passt jetzt Assassin's Creed grad wieder rein und dann hab ich das mal schnell reingeschoben, denn wir wollen damit ja auch mal fertig werden. Und es leckt aus unergründlichen Dingen und Weisen und ja. Okay, wir sind nämlich gerade auf der Suche nach Pyramidenschätzen. Müsste ich jetzt gleich auf die Karte gucken, aber ja gut. Keine Stadt ist die Menschheit. Menschheitsgeschichte war so lange bedeutend. Ah, wie, 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 wie Dings, wie Dings, das ist sehr gut. So, genau, wir waren da drinnen und wir müssen jetzt da rüber. Okay, genau. Moment, ich muss einmal mein Headset anstecken, gefühlt, wie jedes Mal. So, und dann kann's auch schon weitergehen, denn wir rennen ja schon. Okay. Gut, kommt nicht her. Na gut, dann müssen wir laufen. Ich frag mich immer... Ich mein... Wenn... Ägypten... Ich mein, dass die Ruinen heute zu sind, kann ich ja nachvollziehen. Aber damals... Ich mein... Naja, sie haben da ja direkt gewohnt und warum sieht es dann hier so aus? Wisst ihr, was ich meine? Ich mein, ja, es steht da Jahre, aber ich mein, heute, ich mein, auch in Deutschland zum Beispiel, da... ...werden ja solche Gebäude gepflegt, irgendwie, also Ewigkeiten, da wird ja alles gemacht, da wird ja die Farbe gefühlt jeden Tag nachgestrichen und... ...die Glasscheibe ausgetauscht und was weiß ich nicht, Alter, und ich mein, das sind Steine. Ich mein, die schleife ich einmal ab oder male ich einmal an oder so, ich mein... Ist das... Oh, nein, 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 nein. Das hat keiner gesehen. Bitte nicht, bitte nicht. Wollte uns denn jemanden gesehen? Ja, okay, ich... Ich wollte es gerade sagen, aber... So, okay, dann dahin. Hm. Oh, gut. Hopp. 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 Jetzt muss ich vorsichtig sein. Hopp. Okay, dann nochmal. Okay. Ah, okay. Guck mal, da sind die alle, okay. So, hopp. Oh Gott, das war zu hoch. Das war zu hoch. Ja. Ja. Okay. Oh Gott. Okay. So. Und jetzt hier hoch. Hoch, hoch, hoch. Hoch, hoch. Auf den Steinschad drauf. Wie tief können wir runter? Okay, wir können nicht in die Höhle rein mit unserem Vogel. Was? Kommt der Herr, bitte kommt der Herr, bitte kommt der Herr, bitte kommt der Herr, bitte kommt der Herr, dann kann ich ihn abstechen, weil ich weiß, dass ich ihn... Auf diese Entfernung nicht treffe. Nichts. Wir sollten uns trotzdem vor... Ja. Ähm. Was wolltest du sagen? Okay. Okay. Okay, wir legen ihn mal hier ab. Okay. 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 Ich töte dich. Oh Gott. Nein, werdet ihr nicht. Nein. 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 Hö Ladyf. Oh Gott. What? Hö Dani- Hö Wham- Hö méta- sehr gut hauptmann ist tot geht doch schatz geplündert aber wegen dem eigentlichen schätzen wir hier das muss das artefakt sein dass die band gestorben haben seltsam ich gehe zu merkes mal sehen was das für artefakte sind das bin ich auch gespannt was das wohl ist 600 meter auf muss er so weit weg da bist du ja auch da hoch da hoch da so wirst du mir nicht entkommen siehst doch mache ich gerade getroffen werden nein müsste ich muss nur mit den schätzen entkommen super ok hoch da hoch da hoch da ok ok wir müssen wieder laufen weil wir kein pferd bekommen das ist echt nervig da haben wir gerade einen auftrag lasst uns doch mal da müssen wir dir mal helfen dafür lasse ich dich leiden siehst du eliminiere die banditen gab es 100 ep für darf man sich nicht beschweren drüber ich meine wir müssen ja auch in unserem level vorankommen weil wir sonst nicht weiter questen können deswegen einfach banditen mal mit ausschalten das sind eigentlich ganz gute investitionen und außerdem haben die pferde stehen lassen naja kamel kamel und für kamele und wir dürfen uns dafür jetzt ein kamel kamel ein pferd nein weil wir den so mitgegeben haben also von daher los los okay bop 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 bap b bop 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 so okay achto ah ok oh absteigen Hi. Und die Inschrift auf diesem Artefakt muss von dem Pyramidion oben auf Snuffros Grabmal sprechen. Der Nordpyramide. Ich bin sicher, dass der Schlüssel zu diesem Rätsel dort liegt. Warum gehst du nicht mal nachsehen? Wonach genau suchen wir denn eigentlich? Die kostbaren Schätze des Snuffro galten seit Ewigkeiten als verloren. Wir werden Helden sein, wenn wir sie finden und ans Tageslicht bringen. Hey, ich bin kein Grabräuber. Nein, nein, natürlich nicht. Ich verspreche dir, dass wir niemandes Friede im Gefilde der Binsen stören werden. Natürlich. Ich klettere mal hoch und sehe mich um. Natürlich machen wir das. Ja. Na komm. Dann hoch da. Oh Gott, hoffentlich kommen wir da hoch. Ich will nicht abrutschen. Und dann rutschen wir ab und dann dürfen wir das alles nochmal klettern. Ich sehe es jetzt schon. Das hatten wir doch letztes Mal schon auf der großen Pyramide. Nein, 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 nein. Oh Gott. Ne, wir haben es ja schon da vorne. Ich sehe schon das Ziel. Oh Gott, wir müssen eigentlich gar nichts machen. Wir müssen nur hoch. Oh, wir haben es, wir haben es, wir haben es. Wir haben es. Wir haben es. Wir haben es. Ja, 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 ja. Steck die Teile rein. Steck die Teile rein. Diese drei Artefakte passen perfekt in die Vertiefung. Es ist ein Diagramm. Was? Von der Nordpyramide aus scheint es auf diese Ruinen im Osten hin zu deuten. Dort finde ich die Kammer. Okay. Also, gehen wir jetzt hier komplett raus. Oh Gott, und wir rutschen runter. Mal gucken, was wir da finden. Jetzt bin ich ja gespannt. Block. Sehr gut. Wir haben uns nicht abgekürzt. Oh, ja, 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 ja. Jetzt spann mich nicht so auf die Folter. Hast du was gefunden? Ja, habe ich. Eine schöne Aussicht. Die Artefakte passen in den Deckstein und bilden ein vollständiges Diagramm. Ja. Ganz erstaunlich. Und? Löst das das Rätsel der Geschichte? Wo die Kammer zu finden ist? Mhm. Ich vermute, es zeigt auf etwas östlich von uns. Ich habe so etwas wie einen verfallenen Tempel erkannt. Folge mir. Ich bringe uns dorthin. Lauf nicht wieder in dein Verderben. Mit dir an meiner Seite? Wohl kaum. Ach, so viele nette Menschen hier, naja. Wie bist du eigentlich auf die Banditen getroffen? Hm? Oh, ich habe sie angeheuert, die fehlenden Artefakte zu finden. Was? Du hast sie angeheuert? Nun, ihr Anführer Belosh behauptete, er kenne die Wüste besser als jeder andere. Ich dachte nicht, dass sie sich gegen mich wenden. Ich wusste nicht, dass sie solche Banditen sind. Naja. Es gibt nur solche Banditen. Sie alle plündern und morden für Geld. Ja, sie schienen auf beides recht begierig, als sie mir das eine Artefakt stahlen und mich wegen des anderen töten wollten. Ah, du bist eine Gefahr für dich selbst. Das sagt man mir öfter. Ich meine, du bringst dich die ganze Zeit wegen Sachen in Gefahr und sagst ihm, er ist eine Gefahr für sich selbst. Da sind wir. Der Eingang ist natürlich verborgen. Okay, wo ist der Eingang zur versteckten Kamera? Kamera. Kamera. Okay. Hier scheint der Boden weich zu sein. Sehen wir mal, was unter dem Sand ist. Bei Reh, was wir wohl finden werden? Gute Frage. Ich hoffe, am besten direkt die Tür. Ein letztes tödliches Hindernis. Wie komme ich denn da rein? Oh Gott. Okay, ähm. Ich sagte doch, keine Sorge. Okay. So. Jetzt sind wir drin da. Komm mit. Hier entlang. Äh, du zuerst. Wir sind die Ersten, die seit mehr als 2000 Jahren einen Fuß hier hineinsetzen. Und irgendwo müssen diese Schätze sein. Ich hoffe, wir erzönen Budget nicht. Keine Sorge. Du hast genau getan, was ich dir geheißen hätte, wenn du nicht so schnell reagiert hättest. Natürlich. Okay, wir gehen einfach mal weiter. Oh. Oh. Ein perfekt erhaltenes Pyramidion. Ein Relikt der Götter. Und der Quell alles Guten. Die ersten Strahlen des Reh sollten darauf fallen. Und den Weg für den Bennu-Vogel erhellen. Der... Ach, du mein Güte. Sehr gut. Bei Reh. All das ist so göttlich schön. Siehst du auch, was ich sehe? Dieser Raum hier ist perfekt erhalten. Seid Snoufros Herrschaft. Unangetastet. Ich weiß zwar nicht mal, wer Snoufro ist, aber... Okay. Meint ihr eigentlich, er will nicht blündern? Jetzt blündert er die ganzen Sachen raus. Okay, sprechen wir mit Merkis. Mal gucken, was er sagt. Hier sind fast nur alte Schriftrollen. Nicht viel Gold. Welch ein Schatz. Sieh dir nur all die Geschichte an. Trition und Heraklitus werden staunen. Ich werde berühmt. Wir werden berühmt. Oh yeah. Schön, dass ich helfen konnte. Sobald ich unsere Entdeckung katalogisiert habe, bringe ich sie in die Bibliothek von Alexandria, auf das sie studiert und bewahrt werden kann. Sehr gut. Seht ihr? Die Geheimnisse der ersten Pyramide, also mit diesem Lichtstrahl. Damit sind wir an Level 22. Ein perfekter Haltnis. Die ersten Strahlen des Reh sollten darauf... Ja, ne, wir können nichts machen. Ich hätte es vielleicht gedacht, wegen des... Schreiz. Hm, naja. Gut, dann kommt, dann lasst uns mal hier rausgehen. Ja, genau. Dann lasst uns mal hier rausgehen, denn hier ist nichts mehr. Aber wir brauchen noch eine neue Quest. So. Die Schuppen des Krokodils. Na ja, wir haben da sonst nichts, ne? Wo müssen wir denn da hin? Nach Fahyum? Oder nach... Oh Gott. Nach Fahyum, ja. Wie kommen wir denn da hin? Na ja, dann lasst uns erst mal hier rausgehen. Dann mal gucken, wie wir hier... Nach Fahyum kommen. Das ist ja jetzt für uns hier... Ach, so schnell. Das hab ich gar nicht gedacht. So. Bitte sag mir, sie sind noch da. Ja, sie sind noch da. Sehr gut. So. Dann reiten wir jetzt einfach mal in die Richtung. Wir sind zwar erst Stufe 22, aber nach Fahyum reisen können wir ja schon mal. Dann müssen wir wenigstens schon mal, wer unser Gegner ist. Und dann können wir immer noch Nebenquests machen. Also los. Aber ich hab grad ehrlich gesagt, die Sorge, dass wir da nicht durchkommen. Wir müssen hier... Ritenfern, was? Ach hier, über diesen Bergpass hätten wir gemusst. Naja. Oh. Wir gucken einfach mal, wie hier durchkommt. Sieht ja nämlich ganz gut aus. Okay. Seht ihr, der hat schon unsere Route entdeckt. Und wir gucken uns einfach mal, indem wir da... vorwegfliegen. Oder oben drüber. Oben drüber ist es, ja? Das lässt sich jetzt sowieso nicht in Ruhr. Und ich mein, das ist doch sowieso... leicht verdientes Geld. 250. Wir waren nie da. Hm. Drachland. Das ist die andere Seite von Ägypten. Die... Schöne. Ohje. Direkt auf Hyänen zu. Löst mich an. Halt nicht durch die Hyänen durch. Was machst du denn da? Oh, guck mal, da unten ist Fahyum. Also wir sind richtig geritten. Das ist ja schon mal... Naja, mehr oder weniger. Ich glaube, es gibt hier kein richtig und falsch reiten. Das ist... ...eher... ...eher... ...metaphorisch gemeint. Wir sind in Fahyum. Fahyum Oasis. Okay, und wir müssen nach da. Moment, da reiten wir auch an diesem Schnellreiseposten vorbei. Dann lasst uns doch da auch anhalten, wenn wir da vorbeireiten. So viele Boots. Ach, Oasis. Wer auch immer glaubt, der könne es mit uns aufnehmen. Auch wieder so eine große Stadt. Also es ist schon krass. Ägypten da mit fünf, sechs großen Städten richtig. Ich hätte so gedacht, eine vielleicht oder so, weil es ist ja... Man denkt immer, Afrika ist komplett Wüste. Und auch Ägypten. Und dann kommt man hier so hin und dann ist es gar nicht so. Das ist richtig krass. Naja, wir müssen erst mal nach Karanus. Griechische Stadt. Bleibt zurück! Es geht keinem von euch etwas an. Macht weiter mit! Was immer ihr getan habt! Seraphium des Karanus. Ja, Bibliotheken. Okay, Seraphium. Oder Tempel oder so. Irgendwie sowas. Ich weiß selbst noch nicht so genau, was das ist. Okay. Oh, nackt. Nackt, T-Mac. Nackt, nackt. Äh, ja. Nackter Mensch. Oh Gott. Äh, Entschuldigung. Ja. Sehr gut. Nein! 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 Oh mein Gott. Bett für Hosen. Okay. Nochmal hier hoch. Dann haben wir es auch fast geschafft. Für heute. Das ist ja... Äh. So. Hoch her. Hoch. Hoch. Synchronisieren. Und das ist Fahyuu. Wow. So. Jetzt können wir auch runterspringen. Oh, das Blut. Schon wieder ein Mord bei Amun. Wie furchtbar. Es ist der junge Pri... Wer ist der Nächste? Niemand ist sicher. Dieser verfluchte Tempel. Ich sag's doch. Das ist Blasphemie. Die Götter sind zornig. Götter sind zornig. Ich glaube, da ist ein Mörder am Werk. Ohi. Und bevor wir jetzt weiter nach Fahyuu wirklich reinreisen, würde ich sagen, machen wir erstmal einen Cut. Wir sehen uns morgen wieder. Werden da mal gucken, ob wir diesen... Priester-Mörder... Priester-Mörder... Also... Wir drehen hier hinten. Weil ich jetzt gerade weiterreisen wollte. Aber wenn er schon da ist... Wir brauchen sowieso das Level. Genau. Dann werden wir mal nach dem Priester-Mörder gucken. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Tschüss.